Wenn wir das Solid Edge gestartet haben, dann brauchen wir hier unter Neu eine Schaltfläche, die nennt sich Isometrisches Teil. In diesem Programm können wir praktisch Einzelteile erzeugen. Das Erste, was wir hier machen, ist allerdings auf Extras zu klicken und dann den Modus von Synchronos auf Sequenziell umzustellen. Wenn wir das gemacht haben, schaut die Oberfläche auch ein bisschen anders aus. Und jetzt mit Extrusion können wir Körper erzeugen. Funktioniert so, dass man erst praktisch eine zweidimensionale Wand erzeugt. Entweder von der Wand aus, also von vorne, oder hier vom Boden aus. Je nachdem, wo wir beginnen, bauen wir dann entweder in die Höhe oder in die Tiefe. Ich zeige es einmal vom Boden. Dieses Achsenkreuz dreht sich dann. Wenn ich dann ein Rechteck aufziehe, bemaße ich jetzt nicht, dann kann ich das in die Höhe bauen oder in die Tiefe. Ich möchte aber mit einer Wand anfangen. Also Extrusion. Ich wähle hier die Vorderfläche aus. Jetzt mache ich mal dieses Rechteck über zwei Punkte. Ist hier zu finden, über zwei Punkte. Dann klicke ich einmal, zweimal. So, ich möchte natürlich bestimmte Maße haben bei meinem Rechteck. Also kann ich hier auf Maßen noch drauf gehen. Und bei Smart Dimension, wenn ich diesen Befehl auswähle, kann ich hier auf die Linien klicken. Dann erscheint eine Maßlinie. Die kann ich ein bisschen nach draußen ziehen. Dann klicke ich nochmal. Und dann erscheint hier ein Feld, wo ich das genaue Abmaß eingeben kann. Mit Enter bestätigen. Und das gleiche kann ich hier auf der anderen Seite auch machen. Klicken, rausziehen, nochmal klicken. Dann kommt dieses Fenster. Und dann einfach das Maß reinschreiben. Und diese Linie hat dann gleich 40. Wenn ich mich verschrieben habe, kann man im Nachhinein auch ändern. Hier auf Auswählen klicken. Hier nochmal auf Smart drauf. Und dann kann ich hier mich nochmal verbessern. So, wenn mir die Breite und Höhe dann passt, dann sage ich Skizze schließen. Jetzt dreht sich das Ganze wieder in den Raum rein. Und jetzt geht es noch darum, wie tief sollte mein Körper werden. Hier oben sehe ich, hier läuft das Maß mit. Ich kann das natürlich hier entsprechend klicken. Aber wenn es da oben schon mitläuft, dann schreibe ich halt gleich diesen Abstand hinein. und jetzt gibt es noch zwei Varianten, entweder nach hinten oder nach vorne, je nachdem, wo ich den Mauszeiger bewege. Und wenn ich hier dann draufklicke, dann ist der Körper fertig definiert. Und ich kann hier sagen, fertigstellen, abbrechen und wir haben diesen Block drin im Part.